Also, vielen Dank, Ansoli, für die Einführung. Ich werde mich vielleicht wiederholen in gewissen Dingen, aber wiederholen ist ja gut. Aber zuerst guten Morgen und als Dank, dass Sie so früh aufgestanden sind, einige schöne Bilder, die Sie einfach geniessen können. Fitte, junge Leute. Ja, Geschwindigkeit ist doch auch etwas Schönes. Kraft, Leistung, Genuss. Dynamik, es ist schön, jung zu sein, schön zu sein, das sind doch Werte, die alle in sind. Und jetzt spreche ich heute über Diabetes beim älteren Menschen. Und das müssen Sie sich jetzt heute Morgen anhören. Was ist lauter? Schmerz, Tod. Aber es kann auch anderes bedeuten. Es kann bedeuten Ruhe, Gelassenheit und Weisheit. Und ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns mit dem Thema befassen, denn wir werden alle älter. Ansoli hat das schon gezeigt, wir zeigen es jetzt auf etwas andere Art und Weise. Wenn man die über 65-Jährigen nimmt, verglichen mit den 20- bis 64-Jährigen in einer westlichen Bevölkerung, waren das 1970 etwa 20%. Jetzt sind wir bei einem Viertel von diesen Eltern und im Jahr 2050 rechnet man mit einem Drittel, der über 64 Jahre alt ist. Und jetzt kommen Sie noch dazu selber, Sie wissen wahrscheinlich, was Ihre Lebenserwartung ist. Schätzen Sie mal einfach für sich selber die Lebenserwartung einer Schweizerin oder eines Schweizers bei der Geburt. Wie alt werden wir? Haben Sie sich entschieden für eine Zahl? Dann kommt jetzt die Antwort. Also als Frau werden Sie fast 83 Jahre alt im Durchschnitt und als Mann immerhin 77,3 Jahre alt. Also wir werden älter. Und der Diabetes nimmt zu. Das sind die Zahlen aus dem Diabetesalter, das für die Schweiz. 7,9% der Schweiz sind Diabetiker. Und das Ganze steigt noch im Alter. Je älter wir werden, je mehr Diabetiker gibt es mit einem Plattort zwischen 20-20% im Alter von über 70 Jahren. Das ist eine DDR-Studie, die haben sehr viele schöne Studien gemacht damals. Und Sie sehen die Zunahme des Diabetes mit dem Alter. Und genau dieses Platt hier, die Männer etwa 15%, die Frauen sogar 20% in dieser Altersklasse mit Diabetes. Also es gibt viele alte Diabetiker. Haben diese Leute nun ein spezielles Problem? Darüber möchte ich sprechen. Es gibt medizinische Probleme. Die Geriater sprechen da von der 5i. Intellektueller Abbau können wir leider nicht verhindern. Früher oder später sind wir zerebral weniger WIF. Deshalb übeln wir, möglichst lange hier noch Vorträge zu halten. Wir werden immobiler, instabiler und das hat Folgen. Nicht nur, dass wir weniger gehen können, wir können plötzlich nicht in der Heim kaufen, wir können das Essen nicht mehr zubereiten. Wir stürzen, wir haben Frakturen. Inkontinenz ist ein Problem. Interaktionen, immer mehr Medikamente sind nötig. Eine Polypharmazie, das führt zu Interaktionen. Und dann, daher muss ich ein englisches Wort nehmen, dass es ein I gibt, der fehlende Durst ist auch ein, oder die Geriater genanntes, grösseres Problem im Alter. Und da die Probleme gehen weiter, es gibt dann auch psychosoziale Probleme, Isolation, Depression, ihr verlieren nahe Verwandte und Bekannte. Und das Ganze ist natürlich kombiniert noch, und das sind jetzt die geriatrischen Patienten. Jetzt der geriatrische Patient mit Diabetes, der hat noch mehr Probleme. Ich kann die nur summarisch aufzählen. Die Polyurie, die Inkontinent Schlafbeeinträchtigung, er kann dehydriert sein in der Nacht, vielleicht dann vor allem, aber die neuen Medikamente, die die Brukosurie noch fördern. Die Müdigkeit, Stürze, dann Sehstörungen, auch wieder mit Sturz verbunden. Er kann gar nicht mehr rausgehen, wird inaktiv dadurch, er kann seine Medikamente nicht mehr handeln, er kann Insulin nicht mehr richtig spritzen, er verwechselt die Medikamente im Dosiset, weil er es nicht mehr sieht. Die kognitive Funktion, die sowieso schon schlechter wir gemacht haben, wird durch Hyperglykämie. Das hat uns ja vorher auch gezeigt, noch schlechter, aber natürlich durch Hyperglykämie. Wir haben weniger Schmerztoleranz, wenn wir eine Polyneuropathie haben, zum Teil keine Schmerzen, aber andererseits wieder mehr Schmerzen. Schlechte Wundhau und Infektionen, das geht jetzt beliebig so weiter, die Hyperglykämie eben im Akutzustand, schlechtere Prognose bei einem Myokardinfarkt, bei einer Apoplexie. Und die Therapie, die auch schon kompliziert ist im Alter, wird dann noch durch Diät, Oral-Antidiabetika oder eventuell Insulin kompliziert. All das Niereninsuffizienz und einfach gesagt, Multimorbidität, Komplexität ist ein Problem. Und was tun wir jetzt? Wir brauchen jetzt deutlich mehr Zeit für diese Patienten. Wir brauchen mehr Geduld, mehr Verständnis, mehr Toleranz und eigentlich Lösungen können wir nur mit dem Team erreichen. Und wir müssen schauen, dass Schnittstellen in diesem Dienst und Nachstellen werden. Jetzt, was haben wir für Ziele in der Diabetesbehandlung? Ich möchte hier den P.D. Wiesli zitieren, weil der hat es so schön zusammengefasst. Der P.D. Wiesli, der wohn oder arbeitig auf der anderen Talseite im Spital Frauenfeld, ist der Endokrinologe und ich finde das schön, diese 8 Therapie-Ziele, die wir beim Diabetes haben. Und zwar ist es so, das HDL möchten wir über 1, Trinz-Ride unter 2, LDL unter 3, Blutzucker über 4, Lüchtern, Cholesterin unter 5, Lüchtern, Blutzucker unter 6, Hb1c unter 7 und den Postrandialen Blutzucker unter 8. Wunderschöne 1-8-Regeln und die gehen jetzt hier noch weiter, diese 8. Viele Leute, die vor allem mit Proteinorie oder hohem Blutdruck brauchen einen HC-Hemmer oder Sardane, sie sollten nicht mehr rauchen, die Hypertonie sollte eingestellt werden und man tut noch etwas gegen die Tropozytenagentation. Das sind die Ziele, die wir haben. Jetzt fragt sie natürlich, ist das sinnvoll und vor allem jetzt, wenn wir den Diabetes nehmen, ein Hb1c unter 7%, gilt das für alle Leute oder sollten wir das im Alter etwas anders handhaben? Ganz genau, ich weiss, das ist nicht ein Detail für die Brautersucht, es gibt dann einfach Vorschläge, wenn man das vernünftig handhaben soll. Erstens sollte man bedenklichen, dass die Patienten nicht alle gleichseitig sind. Also hier sind alles 75 Jahre alte Diabetiker und die sind ganz unterschiedlich. Die haben einen sogenannten funktionellen Status, der unterschiedlich ist. Die sind doch sehr gut, eingeschränkt und schlecht. Und die Leute brauchen natürlich andere Therapien. Und die deutsche Diabetesgesellschaft hat nun sich die Regeln abgegeben, was man tun sollte. Wenn der funktionelle Status noch gut ist, sollte man mikro- und makrovaskuelle Komplikationen vermeiden, so wie bei den Lungen auch. Und Sie können sich jetzt mal vorstellen, welches Hb1c würden Sie hier anstellen. Das Gleiche für den eingeschränkten Status, also Pony-Morbidität. Da geht es eigentlich darum, die Folgen des metabolischen Syndroms, vor allem Vermeidung von Infarkt und Stroke, durchzuführen. Welches Hb1c wäre hier wahrscheinlich das Richtige? Und dann noch die dritte Möglichkeit, Sie sind in einem schlechten funktionellen Status, Sie sind nicht nur Pony- oder Multimorbid. Da geht es eigentlich nur noch darum, die genealatischen Symptome möglichst gering zu halten. Das erfordert ein anderes Hb1c. Sie haben sich wahrscheinlich jetzt wieder etwas vorgestellt, was Sie tun würden. Und ich gebe Ihnen die Antwort der Deutschen Diabetesgesellschaft in Ihren Praxisleitlinien. Sie sagen, die hier, die Guten, die guten Funktionen, die wollen wir einstellen wie Junge. Mit unter 7 Prozent. Hier, 8 Prozent und da dazwischen. Da besteht nun kein Konsens. Ich gehe wieder zum Lokalmatador, zum Herrn Wiesli. Was schlägt er vor? Er hat eine einfache Regel, die ich sage mal, die Wiesli-Regel gemacht. Er sagt, 100 durch 10. Das Alter durch 10. Also für 100-Jährige 10 Prozent haben 1c. Für 80-Jährige 8 Prozent. Das ist natürlich klar, das ist so eine Regel, aber das muss natürlich dann individuell festgelegt werden. Aber man sieht, man kommt damit dann auch irgendwie zwischen 6,5 bis 8,5. Und was ganz wichtig ist, immer beachten, keine Nebenwirkungen, keine Hypoglykämien. Wenn Sie ohne Hypoglykämien natürlich tief beistellen können, sind Sie gut. Aber das ist so die Wiesli-Regel. Und wir können auch schauen, was andere vorschlagen. Die Europäische Geriatische Medizinische Gesellschaft, die sagt, bei gesunden älteren Diabetikern, also die Kriterien 6,5 bis 7,5, und bei älteren Diabetikern mit Gebrechlichkeit einfach 1 Prozent höher. Die Amerikaner nahe 7 Prozent und hier nahe 8 Prozent. Und die Franzosen sind noch etwas freizügiger, die sagen, bei gesunden Alten 7,5 Prozent Hb1c, bei Alten geben Sie gar keine Empfehlung mehr ab. Aber Sie sagen, der Müchternblutzucker sollte nicht über 11 sein. Das ist Französisch. Sie haben also die Wahl, ob Sie eher amerikanisch denken, französisch oder turgannisch. Und was natürlich überall gilt, was Sie auch immer haben, es geht um die Begleiterkrankungen, die Linderung der Symptome, oder Akutsymptome, nicht nur der Symptome, die dann in 20, 30 Jahren entstehen können, die Verhütung akuter und chronischer Komplikationen, sekunder Mortalität und Verbesserung der Lebensqualität. Jetzt vielleicht etwas Missverständnisse, die man von Anfang an ausreiten sollte. Also es gibt viele, die sagen, man spielt das für eine Rolle, ob der jetzt einen Grundsucker von 10 oder von 15 hat, Hyperdrücke, wie bei Ältern ist, sowieso die Rehütung. Da geht man vor allem für die Spätfolgen aus und sagt, die erhebt er ja gar nicht mehr. Und dann gibt es noch ein anderes Vorurteil, das einfach sagt, ältere Patienten, wir haben gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen, sind sowieso unfähig, sich gut einzustellen. Wenn ein Basis-Boliskontakt, das funktioniert im Alter nicht, da stammt man, es gibt sehr gute Alte, die können, und die nehmen sich dann auch die Zeit dazu und sind besser eingestellt, als die Jungen, die es einfach nicht wollen. Das Vorurteil sollte man vermeiden. Und jetzt etwas zur Blutzuckereinstellung und zur Lebensqualität. Hans-Urli hat da schon etwas davon gesagt. Ich hatte eine andere Studie, nicht ganz so reich, aus der BIAMA 98, da wurden etwa 600 Patienten eingestellt, mit einem Sonnen von Ölarmstoff gegenüber Placebo, die einen mit einem Hb1c um 7,5 und die anderen um 9,3. Und die hatten eine gesinnliche Kampfbessere Lebensqualität, also standardisierten Messverfahren, erfragt. Die waren gesünder, vitaler, weniger depressiv, sie waren seltener bettlederig und deutlich aktiver und sie konnten besser schlafen. Sie waren auch geistig besser, weniger desagorientiert und interessanterweise die Gesundheitskosten in diesem Kollektiv hier waren tiefer als in denen. Also soweit zur Lebensqualität bei guter Blutzuckerheinstellung. Jetzt, wie erreichen wir die mit Ernährung? Man könnte jetzt tagelang über Ernährung diskutieren. Ich mache es kurz, die Ernährung sollte genügend und ausgewogen sein. Damit lasse ich es bewenden, mache aber noch einige Bemerkungen dazu. Es gibt immerhin Studien, die zeigen, wenn man versucht, ältere Patienten, ältere Diabetiker, die über 75 Jahre alt sind, zur Gewichtsverminderung zu bewirken und die dann abnehmen, profitieren die gar nicht mehr. Die beiden Kollektive waren bezüglich Mortalität und Morbilität identisch. Also man gewinnt gar nichts mehr, wenn man diese älteren Leute abbecken lässt. Etwas anderes, das vielleicht für die Praxis noch wichtig ist, wenn man Diabetiker diagnostiziert, Typ 2, sind die ja oft übergewichtig. Und Sie sehen, wenn im jungen Alter, also hier zum Beispiel in 30, haben die ein deutliches Übergewicht mit einem durchschnittlichen BMI, das ist natürlich amerikanisch von 38. Und wenn die dann älter werden, also die, die im späteren Alter gefunden werden, spielt das eine weniger grosse, oder jemand hat es da umgerechnet auf Jahre, auf Kilogramm statt BMI, bei einem Meter 70 wurde das angemessen. Also hier das Durchschnittsgewicht etwa 100 Kilogramm, wenn man den Zucker bei 60 diagnostiziert, und bei über 70 Jahren ist es dann nur noch 83 Kilogramm. Und, und das ist wichtig, wenn die Leute noch älter sind, haben viele gar kein Übergewicht mehr. Also es gelten dann nicht mehr die gleichen diagnostischen Kriterien, dass man den Leuten ansieht, ah, das ist ein Diabeteskandidat, dann esse ich den Zucker, da ist man überrascht. Viele Diabetiker haben dann gar kein Übergewicht, wenn sie im Alter diagnostiziert. Und was wichtig ist, mindestens so wichtig wie das Übergewicht, oder sogar wichtiger ist die Mangelernährung. Wir werden auch da im Workshop darüber arbeiten. Und warum? Die riechen schlechte, die schmecken schlechte, das macht dann weniger Spass zu essen, das Durstempfinden ist vermindert, manchmal sind das Gebissprobleme. Sie sehen sich mehr gut, wenn sie nichts mehr sehen, macht das Essen auch weniger Freude. Oder die sind zum Teil dement, dann nur leichter, wenn Depressionen, oder sie können in ihrer Immobilität gar nicht mehr richtig einkaufen gehen. Sie sind angewiesen, dass die Verwandten ihnen da was bringen. Soweit das und eine ganz interessante Studie, im 19-2000 publiciert, die heisst im Frigo Veritas. Also sie hatten hier zwei Frigos, und der eine ist voll, und der andere ist leer. Und was haben die jetzt herausgefunden? Die haben gefunden, der Inhalt des Kühlschrankes steht, in umgekehrter Relation zum Risiko einer Hospitalisation bei älteren Personen. Oder etwas einfacher gesagt, je leerer der Kühlschrank, desto öfter ist die älteren Personen krank. Also, wenn sie nichts zu essen haben, sind sie krank, nicht wenn sie essen. Das ist im Frigo Veritas. Und das nächste, die Bewegung, man braucht auch immer Bewegung. Ich habe das einfach so kurz zusammengefasst. Bewegung und Bewegung sind brav, sie haben multiple Interaktionen, ich will die gar nicht alle ausdehnen. Bewegung sind Blutzucker, das wissen Sie, wenn sie die Motore nicht mehr stimmt und die Sensibilität noch dazu, sind sie eingestellt, zum Beispiel ein Blutzuckerwässer, ein Insolidhandling, also einen diabetischen Fuss haben, können sie auch nicht mehr gut gehen. Und sie stürzen noch, wir haben noch Frakturen, die Immobilität geht noch zu, die autonome Neuropathie für zu stürzen. Wenn sie dann immer nur drinnen bleiben, haben sie noch einen Vitamin-D-Mangel, den sie sowieso haben im Alter, verstärkt sich die Poliori, Telia, Hirnschlag sind häufiger und das alles führt dann zu schlechteren Diabetes-Einstellungen. Du hast es auch schon gezeigt, je mehr die Aktivität neben dem Bildungsstand ist eine Prophylaxe oder eine Verbesserung der Diabetes-Einstellung. Und ganz kurz gesagt, jede aktive Bewegung ist besser als keine. Also wenn Sie da hingelaufen sind und haben Sie schon mehr gemacht, den Bereitszug ist gehen, senkt den Brutzug. Macht natürlich noch vieles andere. Und da werden wir dann mit der Nacht drauf kommen, zum Gehen braucht es auch gesunde Füsse und die richtigen Schuhe, das nur als Reminder. Jetzt das nächste Thema. Depression und Demenz. Wieder, damit Sie auch aktiv sind und etwas tun gegen die Demenz, drei Feststellungen und Sie müssen sich überlegen, stimmen die oder stimmen die nicht. Je länger Sie Diabetes haben, dann nimmt die kognitive Leistung, also die Denkleistung ab. Oder das Gegenteil, die Blutzugreinstellung hatte überhaupt keinen Einfluss auf die intellektuelle Leistung. Oder, das ist einfach Schicksal, dass die schlechte Werten oder die Diabetiker haben mehr Alzheimer. Das kommt, ob sie gut oder schlecht eingestellt sind. Was stimmt, was stimmt nicht. In den nächsten, die was sollten Sie die Antworten dann auch kriegen? Zuerst etwas zur Häufigkeit, Depression und Denken. Also, bei Nicht-Diabetikern, im Alter von, das war ein Durchschnittsalter von 78 Jahren, fanden sich in 30% Zeichen einer Depression und in 31% von kognitive Störungen. Sie sehen, das ist bei Diabetikern deutlich erhöht. Also, von 30% auf 38% und hier 10% mehr. Also, Diabetiker haben mehr Depressionen und kognitive Störungen. Und interessanterweise gibt es auch das Unterblick her, dass Depressionen zu mehr Diabetes führen. Ich weiss nicht, wie kommt das? Und jetzt Diabetes und Hirnfunktion, einfach hier einige Statements, die ich so zusammengesucht habe. Wenn man Leute untersucht, Diabetiker über 70 Jahre, haben zwei Drittel Zeichen von Nierenleistungsschwäche und oder Depressionen. Also, das ist häufig. Und die Abnahme der kognitiven Funktion ist abhängig von der Diabetes-Dauer und der Blutzuckerkontrolle. Es geht hier vor allem um die vaskuläre Demenz. Und es wurde nirgends gezeigt, dass Diabetiker mehr Alzheimer haben als die übliche Bevölkerung. Die verbesserte Brutzuckerkontrolle, das ist wichtig, verbessert rasch die aktuelle Fähigkeit. Oder ich muss sagen, kann verbessern, das sind natürlich andere Ursachen. Es kann eine Ursache sein der schlechten intellektuellen Leistung. Und dann ist es natürlich schade, wenn man sagt, er ist dement, den können wir nicht besser einstellen. Man kann das versuchen und es kann sogar sein, dass seine Demenz dann bessert und es ihm besser geht. Und es ist natürlich klar, wenn er nicht mehr die intellektuelle Leistung bringt, dann kann er sich schlechter managen. Es ist wichtig, dass man das dann rausfindet und diese kognitive Einschränkung im Therapieplan beachtet. Ein nächstes Kapitel. Das ist eine interessante Dame, die heisst Lee Ann Phil. Und diese Lee Ann Phil, die zeigt ihre Bilder im Internet und sie schreibt, das ist eine Diabetikerin, immer, wie viel ihr Blutzucker war beim Mahl. Und dann gibt es Birne, die bestehen nur noch so aus Strichen und so, dann steht dann da Blattdruck, haben sie irgendwie 50 und das hier, das hat mir gefallen, das hat sie mit 82 Milligramm prozent gemalt. Und wir wissen alle, je besser unser HP1C, je weniger spät kommt, also das sind Resultate aus der Liesis in Tierschaften. Also je tiefer, da hat man das an, bei der Retinopathie, das gleiche gilt für die Nephropathie, je tiefer das HP1C, desto weniger Retinopathie und je höher, desto mehr. Aber es gilt eben auch das Umgekehrte, je besser das HP1C, desto mehr Hypoglykämie hat sie. Und es geht jetzt immer darum, das Gleichgewicht zu finden zwischen guter Einstellung, verhindern diese Komplikationen und andererseits natürlich Verhindern von Hypoglykämie. Und dieser Setpart ist natürlich etwas anders im Alter zu setzen, als bei jüngeren Patienten. Also eher auf die sichere Seite gehen bezüglich Hypoglykämie. Ich perzeleriere da etwas. Ich habe das von Jörg gelernt, dass das Hypoglykämien ganz wichtig sind. Sie kennen das, alle autonome Symptome gibt es bei Hypoglykämien und Neuro-Eukotene-Symptome. Und das ist natürlich jetzt so, dass im Alter viele Leute schon sowieso Herzklopfen haben oder schwitzen oder vermehrt zittern. Und deshalb erstens kommen diese Symptome etwas weniger vor, aber dann bemerkt sie weniger. Also es geht dann vor allem, die Symptome sind dann eben die Neuro-Eukotene. Es kam zu Denken, Sprachstörung kam zu Verwirrung. Sogar Hemiplegien wurden und sie im Spital schon eingewiesen und dann war das einfach eine Hypoglykämie. Und die verschwanden dann bei Behandlung des Hypos. Und hier, wir kommen dann am Nachmittag, bei dem Workshop zum Uhrentest. Es zum Beispiel wurde so ein Uhrentest, da muss eine Uhr dargestellt werden und im Hypo konnte der Patient Kordas hier machen und als er dann wieder aus der Hypoglykämie raus war, hat er eine wunderschöne Uhr hier gezeichnet. Also Sie sehen, das kann man auch messen, dass man da, aber das wissen eigentlich alle, aber das wissen eigentlich evident, dass man ohne Zucker weniger geistig leist, muss verregistrations werden, als Zucker weist. Prädisponierende Faktoren, ich zähle die auch auf, und zwar deshalb, weil es natürlich wichtig ist, die Patienten irgendwie davor das Hypoglykämie zu bewahren. Je weniger der Diabetes dauert, wenn eine autonome Polyneuropathie da ist, dann kommt es mehr zu Hypoglykämien. Dann die Fehleinschätzung durch den Patienten, aber auch durch das Umfeld. Man könnte natürlich verschiedene schwere Hypoglykämien vermeiden, wenn die Leute drumherum die Symptome erkennen und dann noch rechtzeitig Zug geben können. Also verwirrte Ergangssicherheit ist vielleicht nicht nur eine Alterszeitung, sondern könnte dann Hypo sein. Deshalb die Schulung des Patienten und eben auch des Umfeldes. Dann Blutzucker-Selbstkontrolle, auch alte Leute können Blutzucker-Selbstkontrolle machen und sich rechtzeitig aus der Hypoglykämie Gefahr nehmen. Dann unregelmäßige Nahrungseinnahmen, dann die Medikamente trotzdem regelmäßig nehmen, das ist klar. Und dann noch mehr Depressionen können wir es machen. Und was auch interessant ist, wurde untersucht, dass der erste Monat nach Spitalentlastung sehr gefährlich ist. Da werden die Leute wunderbar eingestellt im Spital. Die Schwestern und die Ärztin machen die Einstellung, sie bringen das Essen ans Bett und dann geht er nach Hause, ist eventuell kognitiv gar nicht so gut. Und zu Hause macht er das ein Teil, die Medikamentehinter genauso und den Rest macht er nicht so. Oder er ist natürlich auch ein Fit-Träger, macht er mehr körperlich und dann entsteht er im ersten Monat nach Spitalentlastung gibt es viel deutlich mehr Hypoglykämie. Da müssen die Spitalärzte, aber auch die anderen draußen dran denken. Insulinteraktiv, Nährdinsuffizienz, Sulfonyl-Harmstoffe, ja, da könnte man natürlich noch Verschiedenes sagen. Also wenn Sie jemanden haben, der in der Hypoglykämie kommt und der Insulin behandelt, während Sie die Hypoglykämie behandeln, dann ist er in der Regel aus der Hypoglykämie raus. Wenn er aber durch Sulfonyl-Harmstoffe zu tief geht, haben die eine lange Wirkungszeit, das kann bis 48 Stunden oder mehr gehen. Also Leute mit schweren Hypoglykämie, die ist genau so und das entsteht unter Sulfonyl-Harmstoffen. Da empfehle ich eine Korritionsmetallisation bei das, oder dann eine Überwachung. Das kann immer wieder auch zu einem Nach-Hypo kommen. Gut, und dann, was ist dann überhaupt die Gefahr dieser Hypoglykämie? Das ist klar, man kann Unfälle haben, man kann schnürzen, aber es ist auch so, es gibt mehr Myokard-Infarkte unter Hypoglykämien, mehr Rhythmusstörungen und mehr Schlagerunfälle. Also Hypoglykämie sollten vermieden werden durch Hyposchulen und Therapien, die wenig Hyporisikobel werden. Jetzt noch die Medikamente. Ich kann auch kurz sagen, einfach und sicher möglich ist jetzt bei alten Patienten einmal dosiert, man kann es vielleicht die Spitex sogar abgeben, die Niereninsuffizienz Medikamente geben, die nicht kumulieren bei Niereninsuffizienz und es sollten Medikamente sein, die wenig Hypoglykämie oder gar keine machen. Die Liste hier, die kann ich kurz fassen, das hat der Herr Brennli gestern gesagt, was es da alles für Medikamente gibt. Ich habe sie noch anders zusammengefasst wie geeignetere und weniger geeignete Medikamente. Bei den Sumfonil-Hallstoffen sollte man eigentlich solche wählen, die keine aktive Medikamente nicht kumulieren, bei mir mit Insoffizienz. Da ist ein Beispiel das die Antron. Das ist natürlich klar, also auch wenn sie nicht kumulieren, muss man oft die Dosis reduzieren. Beliebt es ist eine Möglichkeit mit dieser kurzen Halbzeit. Auch die Drintazone können die eigenen Medikamente sein. Wir haben das ja alles gehört von die neuen Kryptine. Bei den Insulinen werden eher diese Präparate als die Mischt-Insuline empfohlen. Die sind natürlich andererseits wieder praktischer und das muss man dann individuell rausholen. Metformin einfach beachten bei Niereninsuffizienz sollte man die nicht geben und die Sulfanil-Harkstoffe mit aktiven Metaboliten auch möglich geeignet bei älteren Leuten wegen der Niereninsuffizienz. Insulin, man gibt Insulin, das ist genau wie bei jüngeren Patienten. Dann, wenn wir nicht zum Ziel kommen, wir setzen gleich das C jetzt etwas höher, aber wenn das Hb1c nicht erreicht, braucht es oft Insulin. Und dann gibt es natürlich auch noch den Typ 1 Diabetes der ersten Mal rauskriegt, das muss man auch daran denken. Bei akuten Erkrankungen braucht es oft eine Insulin-Therapie, Theroin-Therapie oder bei Katabol-Zustand, wenn die Patienten ständig Gewicht abnehmen und gar noch eine Ketanolie haben, ist das ein Zeichen für Insulin-Mangel. oder kann eine sein, die brauchen dann Insulin, das sind dann oft auch Spiegel-Probleme. Meistens beteilig Insulin, aber da wollen wir nicht zu lange drauf eingehen, da könnte man halt wieder ein Wort finden, wie man das macht, wir haben schon bereits Wörlschopps darüber gehabt. Und aber etwas möchte ich sagen, wenn eine Insulin-Therapie durchführt, braucht es mindestens diese vier Punkte, die der Patient sollte Blutzung vermessen können, also er braucht also eine Schuld dafür, er sollte etwas unter Nahrung verstehen, ich habe immer noch Patienten, die keine Ahnung haben, was ein Kolbegrat ist, die sagen einfach, ich habe doch gegessen, ich habe, jetzt kommt es zur Hypochlykämie, ich habe gegessen und zwar einen riesen Salatherd mit viel Käse und die hatten noch nie von Kohidraten gehört. Sie müssen wissen, was man tut bei einer Hypochlykämie und sie sollten natürlich die Spritztechnik und wissen wie man mit Insulin umgeht, dass man es weder im Kühlschrank tief wird, noch an die Sonne stellt und so weiter, aber diese Punkte sollten alle die mit Insulin Therapien kennen. Noch etwas durch Hypertonin. Auch hier, man weiss gar nicht so viel. Ich habe einmal die Sys EUR-Studie genommen, die ist von 1997, da hat man untersucht, Leute, wie oft die besser oder schlechter eingestellten Patienten, was nützt eine Therapie? Sie sehen, da man muss 166 Patienten ein Jahr lang behandeln, damit ein Schlaganfall verhindert wird. Und man muss sogar 400 Patienten behandeln, Jahr lang, dass ein Herz infarkt vermieden wird. Und auf die totale Mortalität hat das keinen Einfluss gehabt. Es gibt verschiedene Studien. Es gibt natürlich viele Studien, die doch einen guten Nutzen zeigen. Ich zeige hier die Quintessenz, was die sogenannte FET dazu sagt. Das ist eine Fortbildung und die Diabetologie und Jörg und auch Hans-Uhr und ich machen da mit und wir haben uns da lange abgewühlt und sind dann zu diesen Punkten gekommen, was wir empfehlen sollen. Also erstens mal bei Blutdruck, man sollte an beiden Armen Blutdruck wissen. Mindestens das erste Mal. Es gibt doch Gefäßanomaliere oder respektive Verschlüsse. Da kann ein Arm tief sein, weil er dort einen Verschluss hat und eigentlich hat er eine Hypertonie. Das sollte man tun. Dann muss man an die orthostatische Hypertonie denken. Immer auch im Stehen messen. Es ist natürlich schade, wenn Sie den Patienten ideal einstellen und vielleicht doch einen Ströck verhindern und er stürzt dann und hat einen Schenkelhalsbruch. Man muss auch wissen, dass die Diskrepanz zwischen ambulanten Messungen und das, was der Patient zu Hause hat, noch größer wird. ist, dass man auch im Alter selbst kontrolliert oder den Patienten voranlasst oder eine 24-Stunden- Messung durchführt. Dann Therapieziel. Gestützt, ich habe vorher eine Studie gezeigt, die nicht so viel Effekt zeigte. Es gibt aber wieder andere. Eigentlich ist das Therapieziel das gleiche im Alter wie bei Jungen. wenn man eben gewisse Vorsichtsmaßnahmen einhält. Diastorisch nicht unter 75, das ist natürlich schwierig zu machen, weil wir wollen sie den diastorischen Blutdruck beeinflussen. Wenn man sehr hoch ist, sollte man nicht zu schnell senken, sondern man sollte in einem ersten Schritt, wenn der über 180 ist, mal etwa 20-30 Millimeter HG senken. Wenn er aber über 160 oder die sollte man eigentlich warten mit der Therapie, sollte man innerhalb eines Monats senken. Es gibt Leute, jahrelang kontrollieren, die man sagen, man sollte dann mal beginnen. Wenn es so hoch ist, sollte man beginnen, aber dann langsam senken. Und unser Schluss ist, es gibt keine Andersgrenzen für Blutdruck Senkung. Der größte Benefit ist die Prävention des Schlaganfalls, aber man muss die Nebenwirkungen beachten, eben vor allem die Ortausstraße mit der Sturzgefahr. Und es gibt aber auch europäische Richtlinien, die sagen, die Zielwerte bei sehr alten pflegebedürftigen Patienten sind 150, 90. Auch das ist natürlich die Arbeit drin. Also das kann man, es gibt die Leute, die stehen, da macht man gar nichts, also das kennen sie alles. Jetzt noch etwas zu den Lipiden. Sie haben alle ein wunderschönes Frühstückseingang, hoffe ich. Auch hier, es gibt eben nur eine Studie, da werden die älteren Patienten untersucht wurden. Ich zitiere hier diese Prosper-Studie 2002, da wurden effektiv 70- bis 80-Jährige untersucht, die hatten entweder ein hohes Risiko, weil sie schon einen Biokardinfarkt oder ein CVI hatten und sie waren Diabetiker oder hatten eine arterielle Hypotomie und da wurde trauerstatin 40 mg unter nichts gegeben und die wurden über drei Jahre geobachtet. Und was findet man hier? Zuerst einmal zu der Privärprevention, also Leute, die noch kein Empfang des gab, die sehen, das hat nichts gebraucht. Und hier oben sehen Sie, dass beim Strunk hat das auch nichts gebracht, hingegen bei Myokardinfarkt und zusammengefasst kann man sagen, die Stardine, also die Cholesterinsenkung hilft in der Sekundärprävention etwas und es hat keine Wirkung auf Stroke und auch nicht auf kognitive Störungen, im Gegensatz zur Hypertoiliebehandlung, die sehr viel bringt für den Stroke. Und das sind jetzt die Empfehlungen auch von dieser Fett, die sind eigentlich so, dass man die gleichen Kriterien anwendet wie für die Jüngeren, außer dass man sagt, Primärprävention müssen noch weitere Risikofaktoren haben und ein biologisches Alter unter 80. Keine Primärprävention, aber das ist ja Konsens, also das ist so, wie Sie das alle handhaben, dass man natürlich bei Pflegebedürfungs nicht die Cholesterinwerte ideal einstellen wird, um jeden Preis. Und sekundäre Prävention ist auch die gleichen Kriterien wie bei jüngeren Patienten, aber Sie sollten eben diese Dinge nicht haben, also nicht Pflegebedürftig sein, nicht Dement usw. Sie sehen auch hier, das sind natürlich sehr gummiartige Empfehlungen, die sehen schön aus, aber die können damit weniger anfangen, weil Sie sind ja das dann bestimmt, ob die diese Gruppe gehören oder nicht, vielleicht beim Alter, weil das biologische Alter ist auch schwierig zu schätzen. Und, aber was wichtig ist, die Antihypertens- Therapie ist wichtig als die Statine, vor allem zur Stroke-Prophylaxe, also wenn Sie die Wahl haben, ein Medikament abzusetzen, also einfach weniger geben müssen, aber können, es gibt ja eine wir hatten in den Katolz mit Alphasen Gold und Regel mehr als drei Medikamente darf man einem alten Menschen nicht geben, also die Regel wird kaum eingehalten, aber wenn Sie die Regel, wenn Sie in diese Richtung gehen wollen, dann lieber das Statin Stopp als essen keine Butter und kommen in eine Mangel Ernährung weil sie dann irgendwie im Kopf haben und dürfen all diese guten Dinge essen also jetzt komme ich zur Zusammenfassung Die Zahl der Diabetiker nimmt rasant zu Das haben wir gesehen Diese Patienten sind häufig multi oder sogar multi oder sogar multimorbid Sie haben Spätfolge des Diabetes Sie haben mehr Demenz und Depression und Sie sind öfter immobil als nicht der Bind Die Komplexität der Probleme steigt und wir können Lösungen nur Intim erreichen Das ist das weshalb wir hier sind um im Team arbeiten zu können Dabei geht es darum dass solche Schnittstellen in Nahtstellen umgenannt gewandelt werden Gute Stoffwasselkontrolle hilft sofort Es ist nicht nur so dass man Spätfolgen verhindern wird mit Diabetes und Blutzug sondern die wirken auch jetzt in Bezug auf die Lebensqualität Die Patienten sind weniger müde Sie haben weniger psychische Schwankungen Sie müssen nachts selten rausstehen wegen der Viktion oder bis hier nicht noch stürzen Die Therapie und die Therapieziele sind natürlich individuell zu gestalten und müssen angepasst sein dem ganzen Umfeld und den Patienten werden Life to your years not years to your life Therapie einfach kosteneffektiv Man muss auch überprüfen die Medikamente immer wieder überprüfen sind die noch richtig die Medikamente nicht Hat er nicht zum Beispiel zum Glukophage noch von Medfin bekommen weil der Patient ja nicht wissen kann dass es dasselbe ist und weil es passiert immer wieder so die Liest immer wieder durch gehen Dosis setzt damit es richtig abgegeben wird und so weiter und den Spieltext einsetzen Therapie Nutzen und Risiken abwägen Da geht es vor allem um die Hypolykämie die Interaktion und die Nieren Miesophysics Dann eine Beratung das hat Antwo ja gesagt was man früher gesagt hat dem Alten kann man nichts mehr beibringen das ist ganz wichtig und zwar eben nicht nur für den Patienten selber sondern auch sein Umfeld dass auch die die Krankheit verstehen und so auch und dann ist es so man sollte sich eigentlich gewisse Zielwerte für seinen Patienten vorgeben und die zu erreichen suchen aber wenn die Situation endet muss man die Zielwerte ändern und man sollte regelmäßige Kontrollen machen der Ernährung und der Patient bewegen Augenfüsse und auch das Hirn nicht vergessen das war es besten Dank bis zu sch Ron Untertitelung des ZDF, 2020